Ich heiße Bianca. Hallo, wir fahren mit den Babys ans Meer. Emily, wir fahren mit dem Zug. Ah! Wir müssen warten. Wir müssen warten. Tutu! Tutu, da kommt der Zug. Tutu, da kommt der Zug. Wartet, Passagiere, wartet. Wir müssen die Tickets überprüfen. Das ist mein Ticket. Also, ein Erwachsener und ein Kind. Setzt euch bitte in den blauen Waggon. Und wo ist dein Ticket? Ah, Ticket heißt Fahrkarte. Emily, du musst dich anschnallen. Die zweite Emily hat sich auch hingesetzt. Heb die Hände. Emily, wir müssen uns anschnallen. Und die Kinderwagen. Achtung, Passagiere. Der Zug fährt von Plattform 1. Sind alle bereit? Ja! Tschüss! Achtung, der Weg führt durch den Wald. Bald! Durch den Wald. Tannenzapfel! Tannenzapfel! Schau, dein Pool! Da sind wir! Die Passagiere steigen aus dem Zug! Du hast einen Zug! Schließlich bin ich ein Zugfahrer! Wo ist er? Und Tannensapfen! Und Tannensapfen! Danke für die Fahrt! Gerne! Tschüss! Haben wir Badeanzüge? Ja klar! In unserer Tasche! Wo sind sie? Gefunden! Bianca hat die Sonnencreme gefunden! Wir ziehen unsere Badeanzüge an und cremen uns ein, um keinen Sonnenbrand zu bekommen! Guteumbergüge! Du musst den Badeanzüge nehmen! Wie war es? Wendet mit dem Badeanzüge verletzen! Was war es? Du musst den Badeanzüge verletzen, um K virus-kollower zuversen! Tom Schaub inteiro! Rauh! Den Badeanzug schließen wir. Und jetzt die Creme. Gegen Sonnenbrand. Als wäre es ein blauer Fleck. Niemand von uns soll einen Sonnenbrand bekommen. Wer cremt mir die Nase ein? Danke, Bianca. Und ich creme dir deine Nase ein? Hahaha. Und ich dir. Das ist meine Puppe. Kaltes Wasser. Hier kommt warmes Wasser. Hier ist noch ein Pool, Mädels. Hahaha. Oh. Hallo. Kalt. Großer Lutscher. Großer Donut. Aber bevor wir den Lutscher essen, müssen wir den Babys gesundes Essen geben. Bianca, machst du ihnen einen Brei? Ja. Los geht's. Kinder essen. Ich nehme die Teller raus. Ich habe ein Baby gefunden. Ich habe ein Baby gefunden. Ich habe ein Baby gefunden. Seid ihr hungrig? Und in den Rosa-Teller? Ein Löffelchen? Guten Appetit wünsche ich euch Kinder. Die Kinder essen gut. Bianca, was denkst du? Können wir ihnen jetzt einen Keks und einen Lutscher gönnen? Ja, können wir. Ich schwimme auf dem Lolli. Baby, setz dich. Doughnutia, das ist ein Luis. Donut salt. Blums. Wiii! Plums. Plums. Blum. Blum. Lieber как. graphy BSN 2 Wer gut spielt, kriegt dann am Ende leckere Kekse. Kekse! Ich will das hier. Die Kinder müssen aber schlafen gehen. Wir müssen sie trocken reiben. Halte Emily mit dem Handtuch, damit ihr nicht kalt wird. Und die schreiben wir auch trocken. Sie schläft ein. Emily ist noch klein. Sie schläft in Pampas. Die Babys schlafen. Und wir können mit euch noch ein bisschen im Pool spielen. Und dann nach Hause gehen. Und dann nach Hause gehen. Tschüss! Tschüss! Die Puppen gehen dann auch nach Hause. Tschüss! Ich heiße Bianca. Hallo! Wir gehen heute mit unseren kleinen Babys ins Schwimmbad. Ich trage Emily in einem Sling. Schön festziehen, damit Emily nicht rausrutscht. Ich habe Nikolaus, Zuzu und Disi. Oh, die müssen noch aufs Töpfchen. Wir brauchen ein Töpfchen. Unsere Kinder sind bereits groß. Stell es hier hin. Mach Pipi! Deshalb brauchen die auch keine Pampas mehr. Das machst du gut, Emily. Und jetzt ist Nikolaus dran. Jetzt bist du dran, Nikolaus. Magst du das Töpfchen? Ja. Schön bunt. So schön rosa. Magst du rosa? Ja. Aber du bist doch ein Junge. Du magst blau. Magst du blau, Nikolaus? Dann nehmen wir das blaue Flugzeug mit ins Schwimmbad. Wir sind soweit. Nikolaus, willst du den Fahrstuhl rufen? Ja, hielt mich hoch. Hopp. Gut gemacht. Ja. Setz dich zurück. Besser im Kinderwagen? Ja. Sind deine Beine müde? Ich will so schnell wie möglich ins Schwimmbad. Wir fahren runter. Jemand fährt hoch? Wir fahren runter. Das hier ist das Schwimmbad. Komm, wir zeigen es den Kindern. Emily, schau mal. Fassen wir das Wasser an? Emily, du bist klein. Ich halte dich fest. Emily schwimmt. Halt sie fest, Bianca. Ah. Nicht in die Augen. Schön auf den Rücken gießen. Okay? Ah. Und auf den Bauch. Und auf den Bauch. Und auf die Beine. Komm, wir machen ein Bad. Ein Bad? Okay. Nimmt ihr mich auch mit? Gut. Und dich? Und du? Ich kann tauchen. Ich nehme Wasser in den Mund. Ich kann das auch so. Ich bin bereit zu spritzen. Ich bin bereit zu spritzen. Hey, Flugzeug, ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Dann mache ich es nicht mehr. Ich gehe und wasche Emily die Haare. Emily wird schön sauber sein. Und solange alle baden, bereite ich den Tisch für unser Picknick vor. Das ist die Tischdecke. Die Kinder werden Wassermelone essen. Komm, ich schneide sie mal. Vergiss das Brett nicht. Und jetzt haben wir vier Stückchen. Eins ist für Emily. Eins ist für Nikolaus. Mh, lecker. Eins ist für Susu. Und das ist für mich. Nein, für mich. Nein, für mich. Nein, für mich. Nein, für mich. Stimmt's, Bianca? Teilt es. Ich will nicht teilen. Und ich auch nicht. Oh je, oh je. Was machen wir jetzt bloß? Folgendes. Ihr teilt es. Und ich lese euch ein schönes Buch vor. Okay. Ich beiße von dieser Seite. Und ich beiße von dieser Seite. Bianca, wie heißt denn dein schönes Buch? Hm? Wer hat Muuu gesagt? Muuu. Mach die erste Seite auf. Emily hört auch mit. Muuu. Was für schöne Blumen. Schau mal. Ein Sonnenaufgang. Es ist morgen. Wie ist die Sonne? Rund. Und welche Farbe hat sie? Gelb. Finde noch etwas Rundes und Gelbes. Ein Löwenzahn. Gut gemacht. Emily, schau mal. Wer freut sich der Sonne? Das ist ein lauter Hahn. Er schlägt mit den Flügeln und macht... Kikiriki. 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 Emily, schau mal. Das ist ein Huhn. Ein Mama-Huhn mit ihren Küken. Kannst du sie zählen? Eins, zwei, drei, vier. Alle sind da und picken Samen. Und wir essen auch zum Mittag. Genau. Nikolas trinkt etwas Milch. Gib mir ein Fläschchen. Gut gemacht? Ja. Und ich gehe schwimmen. Tschüss. Tschüss. Ich schwimme. Ich schwimme.